Er frät den, ob er die Maske zurück will. Krass, wie die einen anschauen. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wer von euch hat alles schon ein Abo dagelassen? Und vielleicht schaffen wir bei diesem Video die 1000 Glanz, Leute. Weil ihr wisst es ja selber. Es ist bald Halloween. Wie viele Tage sind noch bis Halloween? Schreibt es jetzt mal in die Kommentare. Und der richtige Kommentar erhält auf jeden Fall ein Herz. Wartet mal, lasst mich mal nachzählen. Ach komm, das macht ihr. Und was machen wir heute, Leute? Ihr habt in der letzten Zeit richtig Bock auf grüßelige Halloween-Videos. Auf richtig grüßelige... Wie zum Beispiel Pennywise oder auch Chucky oder vielleicht sogar Jason Voorhees. Die haben ja alle schon mit der Drohne überwacht. Und heute dachte ich mir mal, wir schauen uns grüßelige TikToks zu Halloween an. Habt ihr Bock darauf? Ihr habt Bock darauf, oder? Dann lasst mich auch gerne mal wissen, was wir in der Zukunft vielleicht noch diese Woche anschauen können. Und wen wir am Samstag mit der Drohne überwachen sollen. Das wird ja auch noch gemacht. Also, ich würde sagen, lass uns starten. Pennywise. Pennywise als Frau? Ich wusste gar nicht, dass es Pennywise auch als weibliche Funktion gibt. Okay, das ist... Es ist nicht nur gruselig, es ist... Irgendwie ziemlich ängstlich, oder? Was würdet ihr machen? Okay, sie tanzt. Wir wollten noch grüßelige Videos anschauen. Wenn Pennywise als Frau so zu euch herkommt. Boah, und gebt euch mal die Zähne. Okay, boah, wir haben den echten Pennywise zum Glück. Aber... Okay, er hat sich einfach mal als Frau verwandelt. Vielleicht sollen wir mal Pennywise als Frau auch mit der Drohne überwachen. Habt ihr Bock darauf? Sorry, Leute. Das hat mir einfach viel zu viel Angst gemacht. Okay, Pennywise kommt. Okay, dieser Pennywise schaut extrem echt aus. Wir haben Ernie. Ernie hat seine Maske verloren, ja? Und er schaut runter in den Affeluss, wo Pennywise ist. I'm Pennywise. Er frägt ihn, ob er die Maske zurück will. Nein, bitte, Ernie. Geh da nicht runter. Ernie. Okay, geht mit Ernie spazieren. Okay. Da ist ein Kind da vorne, sagt er. Oh, oh. Willst du einen Ballonhahn, frägt ihr ihn? Okay, Pennywise sagt, dass es kein Kind ist, ja? Wow, und er wird angegriffen von... Komm mit dem Frosch. Oh mein Gott. Was wollt ihr von mir? Pennywise hat Angst, Leute. Vielleicht sollten wir mal wirklich... Pennywise versuchen zu besiegen mit Ernie. Wie heißt der? Kermit der Frosch und mit Ernie. Oh mein Gott. No one knows how to get to Sesame Street. In Pennywise in der Sesamstraße. Okay, das ist eine richtig gute Idee. Vielleicht können wir ihn wirklich so besiegen, Leute. Okay, das ist richtig heftig. Hilfe. Okay, das war wirklich... Bis jetzt wirklich mein Favorite gewesen von den ganzen TikToks, ja? Okay, hier haben wir wieder Pennywise, wie er tanzt, aber das vorhin war wirklich das Beste gewesen, ja? Er schaut schon richtig authentisch aus. Okay, das... Okay, Leute. Das war auf jeden Fall die TikToks zu Pennywise gewesen. Mein Favorite war auf jeden Fall das mit Ernie. Und lasst uns mal weiterschauen, was wir noch für gruselige TikToks da haben. Okay, Leute. Und als nächstes haben wir was vorbereitet zu gruseligen weiteren TikToks. Ich glaube, da könnte auch Siren Head vorkommen. Okay, lasst uns mal nachschauen, was dort passiert. Okay, das war schon mal ein krasser Unterwassermonster. Wer war das gewesen? Was für ein Monster war das gewesen, Leute? Sagt mir gar nichts. Das schaut doch ein bisschen aus wie Cartoon Cat, oder? Okay, lasst uns mal stoppen. Das ist richtig creepy. Stellt euch mal vor, ihr seid bei euch daheim im Bett. Und da kommen so drei so Monster rein. Mitten um drei Uhr nachts während der Teufelstunde. Krass, wie die einen anschauen. Okay, das hat mich nicht... Oh, das hat mich nicht krass erstreckt. Woody von Toy Story. Eis XXL Version wie Siren Head. Okay, der Typ schaut richtig creepy aus. What the fuck? Okay, die sind auf jeden Fall richtig, richtig, richtig creepy. Wir haben hier Cartoon Cat. Ich liebe Cartoon Cat, Leute. Denkt ihr seht ihr die... Oh, 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 oh. Ich hab mich schon dreimal wirklich erschreckt. Wie schaut's bei euch aus? Okay, nächsterin. Nächste Tür. Freddy Freespear. Heißt der doch, oder? Oh, nein. Oh mein Gott, ey, das ist heftig. Wir sollten mal vielleicht auch wieder... Oh, ja, okay. Patrick? Das ist eine Art von Siren Head. Okay, hat die Kamera gesehen. Das müsste ja dunkel sein. Ich höre die Musik. Ich höre die Musik, Leute. Oh, der macht richtig geil. Okay, das ist richtig creepy, Leute. Was ist denn komisch? Ich schätze euch mal vor, er liegt im Bett an und schaut im Schrank. Dann kommt so eine komische Ziege raus. Geht die schon auch richtig creepy aus? Alter, was sind das für Tiere? Was für Menschen? Vielleicht sollten wir die auch mal mit der Drohne überwachen. Okay, es geht jemand im Keller? Das ist, ja... Das ist so ein kleines Baby dort. Oh mein Gott, der Stuhl kann fliegen. Alles kann fliegen. Okay, das ist richtig mystisch. Das ist richtig mystisch. Ich hoffe, ihr erschreckt euch nicht so krass bei diesen TikToks. Die sind auf jeden Fall... Boah, die sind auf jeden Fall schon... Die sind richtig, richtig scary, Leute. Die sind richtig scary. Oh mein Gott. Wir haben nicht gestoppt. Ja, müsste ich mir überlegen. Okay, ist doch nur ein Frosch. Oh, ist der süß. Ihr seht, wie ich zurücksch... Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so passiert. Also ihr könnt bei den Typen echt mal gerne ein Abo da lassen. Alter, die Videos sind heftig. Oh, er hat ihn besiegt. Er hat ihn versteinert. Okay, wir sind nochmal unter Wasser. Oh! Ne Hand packt einfach mal einen Taucher. Boah, nicht schon wieder. Das ist sowas richtig scary. Ein Stuhl fliegt? Wie kann es passieren? Ein Geist? Oh mein Gott, Kirby? Boah, ey. Danach brauche ich auf jeden Fall erstmal eine Ruhe. Rockt auf jeden Fall das Video, wenn ihr Bock habt. Also so weiter Videos. Alter, es ist heftig. Warum haben wir nicht vorher schon mal so Videos angeschaut? Boah, das macht echt Spaß. Und... Das ist halt wirklich gruselig. Oh, oh, das Cookie Monster in XXL. Cookie Monster. Okay, da ist ein Hai. Der Typ filmt einfach so einen ganz entspannt. Oh mein Gott, wer war da unten gewesen? Wer hat's gesehen? Wie heißt der mit M? Okay, schwebt einer nach oben? Oh, ein Auge in der Hand. Oh, was ist das? Okay, das ist richtig gruselig. Long Horse. Long Horse ist zurück. Er sagt mir auch gar nichts, der Typ. Boah, Leute, okay. Das war auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gruselig gewesen. Wenn ihr Bock habt auf weitere solche gruselige Videos, dann lasst es mich auf jeden Fall mal bitte in die Kommentare wissen und was für ein Video wir morgen machen sollen. Vielleicht kommt morgen noch mal ein Drohnenüberwachen-Video, ein Highlight-Video. Ja, Leute, wir rocken jetzt wirklich bis zu Halloween jeden Tag ein Video, außer Freitag und Sonntag. Also, es sei noch gesagt, am Ende wird noch eine gegrüßt, wenn du auch Bock hast, gegrüßt zu werden. Dann schick das Video gerne an fünf deiner Freunde weiter in WhatsApp oder Instagram. Und ich würde sagen, wir sehen uns mit einem weiteren Video morgen wieder. Bis zum nächsten Mal.